Weitblick ist keine Sehschwäche. Ich bin Anke Hilmann Richter, verheiratet und Mutter von drei Söhnen im Teenageralter. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und Politikwissenschaftlerin. Parteimitglied bin ich seit 2008, das sind mittlerweile 13 Jahre. Als Führungskraft von rund 40 Mitarbeitern im Landratsamt Alt-Donau-Kreis sind mir Belastbarkeit, das Augenmerk aufs Ganze zu haben und die politische Arbeit in all seinen Facetten vertraut. Die Arbeit im Sozialdezernat schärft meinen Blick für die hohen Sozialausgaben. Und mit diesem Blick auf die sozialpolitischen Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft unterstütze ich die Arbeit der Freien Demokraten. Meine Kernkompetenz liegt in der Sozialpolitik. Hier decke ich alle Kernbereiche ab, von der Renten- und Arbeitslosenversicherung über das Bundesteilhabegesetz bis hin zur Pflege- und Krankenversicherung. Wie funktionieren die Bereiche? Wo gibt es bürokratische Überschneidungen? Und was sind die liberalen Lösungen? Für mich bedeutet soziale Verantwortung Generationengerechtigkeit. Wir Freien Demokraten haben die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme im Blick. Nachhaltigkeit definiert sich nicht nur ökologisch. Wir haben eine finanzielle Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Ich bin Anke Hilmann-Richter und führe die Freien Demokraten in Neu-Ulm, Günzburg und Teilen des Unterallgäus in den Wahlkampf. Weitblick ist keine Sehschwäche. Anke Hilmann-Richter Untertitelung des ZDF für funk, 2017